Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Die Entdeckung der Tiefsee. Ein Tauchgang in Wissenschaft und Literatur. Von Professor Antje Boetius mit einer Lesung von David Bennet. Gehalten am 5. April 2017 im Wissenschaftszentrum Bonn. Sternlos und kalt ist die Nacht. Es gärt das Meer. Und über dem Meer, platt auf dem Bauch, liegt der ungestaltete Nordwind. Und heimlich mit ächzend gedämpfter Stimme, wie ein störriger Grießkram, der gut gelaunt wird, schwatzt er ins Wasser hinein. Und erzählt viel tolle Geschichten. Riesenmärchen, Totschlaglaunig, uralte Sagen und aus Norweg. Und dazwischen, weitschallend, lacht er und heult er, Beschwörungslieder der Edda. Auch Runensprüche. So dunkeltrotzig und zaubergewaltig, dass die weißen Meerkinder hochaufspringen und jauchzen, über Mut berauscht. Derweilen am flachen Gestade, über den flutbefeuchteten Sand, schreitet ein Fremdling. Mit einem Herzen, das will der noch als Wind und Wellen. Wo er hintritt, sprühen Funken und knistern die Muscheln. Und er hüllt sich fest in den grauen Mantel und schreitet rasch durch die wehende Nacht. Sicher geleitet vom kleinen Lichte, das lockend und lieblich schimmert. Aus einsamer Fischerhütte. Vater und Bruder sind auf der See und Mutterseelen allein blieb dort in der Hütte die Fischertochter. Die wunderschöne Fischertochter. Am Herde sitzt sie und horcht auf des Wasserkessels Ahnungssüßes, heimliches Summen. Und schüttet knisterndes Reisig ins Feuer und bläst hinein, dass die flackend roten Lichter zauberlieblich widerstrahlen auf das blühende Antlitz. Auf die zarte weiße Schulter, die rührend hervorlauscht aus dem groben grauen Hemde. Und auf die kleine sorgsame Hand, die das Unterröckchen fester bindet um die feine Hüfte. Aber plötzlich, die Tür springt auf und es tritt herein, der nächtige Fremdling. Liebessicher ruht sein Auge auf dem weißen, schlanken Mädchen, das schauernd vor ihm steht. Gleich einer erschrockenen Lilie und er wirft den Mantel zur Erde und lacht und spricht. Siehst du, mein Kind, ich halte Wort und ich komme. Und mit mir kommt die alte Zeit, wo die Götter des Himmels niederstiegen zu den Töchtern der Menschen und die Töchter der Menschen umarmten und mit ihnen zeugten Zeptertragende Königsgeschlechter und Helden, Wunder der Welt. Doch staune, mein Kind, nicht länger ab meiner Göttlichkeit. Und ich bitte dich, koche mir Tee mit Rum, denn draußen war es kalt und bei solcher Nachtluft frieren auch wir, wir ewigen Götter und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen und einen unsterblichen Wusten. Ja, meine Damen und Herren, Tee mit Rum war das absolute Lieblingsgetränk meines Großvaters, Kapornier, Walfänger, Kapitän und als Kind konnte ich seinen Geschichten lauschen. Und so war mein erster Zugang zur Tiefsee die Fantasie, weil ich mir vorgestellt habe, wie es sein muss, wenn die Männer auf den Schiffen weit über die Ozeane segeln, was darunter wohl sich abspielen würde. Und ich war eine richtige Leseratte. Ich habe viel gelesen über die Meere und habe geträumt, dass ich einmal selbst über die Meere segeln könnte, bin aber halt nun mal eine Frau und da wird man nicht so leicht Kapitän und andere Dinge. Aber Meeresbiologe, das ging. Und bis heute bin ich so dankbar und froh über diese Möglichkeit als Beruf, Tiefseeentdeckerin sein zu können. Heute geht es um Entdeckung zunächst, aber dann auch um die Frage, wie leben wir Menschen mit dem Ozean und der Tiefsee? Und was David Benn und ich ausgesucht haben, ist eine Reise durch Entdeckung, Erforschung, die Rolle der Wissenschaft heute und Texte, vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert, als die Menschen so neugierig waren wie niemals wieder, was denn eigentlich der Ozean birgt und was er für sie tun kann. Und es wäre schön, wenn Sie jetzt, Sie kommen gerade aus Ihrem Job, Sie müssen noch Abendessen kochen, vielleicht eine Steuererklärung machen, was auch immer, wenn Sie abschalten und vergessen, wie es ist, das hektische Landleben zu verfolgen und wenn Sie mit uns mitkommen und genau hinhören, was wir Ihnen heute zu sagen haben. Die Tiefsee, wenn man die Erde so von weiter weg als Ganzes betrachtet, wenn man sich das Wasser wegdenkt oder vielleicht auch denkt, man wäre ein Wassertropfen und könnte in 2000 Jahren einmal herumreisen und könnte auf den Meeresboden schauen und alles gleichzeitig sehen, dann ist man erst mal erstaunt, was für unglaubliche Landschaften, Tiefseegräben, Seeberge, Gebirge, Kontinentalränder, die eisbedeckten Polarmeere, 99 Prozent des belebten Raums der Erde, so wissen wir heute, ist eigentlich Tiefsee. Wenn Sie vom Mars eine Zufallsprobe nehmen würden, würden Sie vielleicht zuerst einem Tiefseeorganismen begegnen. Es hat aber sehr lange gedauert, bis wir so ein gesamtes Bild der Erde bekommen haben. Noch im Ende des 17. Jahrhunderts, da blieb diese Frage, wie sieht die Erde eigentlich aus, wie sähe sie ohne Wasser aus, komplett der Fantasie überlassen. Der Theologe Thomas Burnett hat sich getraut und hat ein Buch geschrieben, Sacred Theory of the Earth, die heilige Theorie der Erde, und er hat datenfrei gearbeitet. Er hat gesagt, da sind Kontinente, da ist Wasser dazwischen, da muss es sehr tief sein, aber es gab eigentlich keine wirklichen Auslotungen der Tiefe. Das war nämlich gar nicht so einfach. Diese Technologie, wie man Tiefenbestimmungen macht, kam aus der Seefahrt, aus der Seemannschaft, da mussten Untiefen erlotet werden. Die Seeleute haben dann lange Seile, Kabel genannt, mit Gewichten dran. Und sie schicken diese Gewichte herunter, bis man den Boden fühlen kann. Und so wurden zumindest um die Küsten herum, um Inseln herum, Tiefenbestimmt. Aber wer hatte schon ein Seil dabei von mehreren Kilometern Länge? Es wurde 1800 das Ecosounding zuerst in den Seen ausprobiert, im Genfer See zuallererst. Dann konnte man mit Schall erkunden, wie tief ist es, denn der Schall reflektiert am Meeresboden. Und bis heute ist das eigentlich unsere Haupttechnik, die Tiefen der Meere zu messen. Aber im 18. Jahrhundert und auch zu großen Teilen im 19. Jahrhundert waren die Karten ohne Tiefenangaben. Sie waren voll von Schiffen, Seemonstern, von Ideen, wie man die Welt umsegeln kann. Aber wie tief das Meer ist, das wusste man damals noch nicht. Doch diese Idee, dass das Meer Schätze birgt, dass man Häfen bauen muss, Schiffsverbindungen, dass man das Meer kennen muss, die hat damals ihren Ursprung gefunden. Und die ersten großen weltumsegelnden Expeditionen galten eigentlich der Erkundung fremder Paradiese, fremder Schätze an Land, auf den Inseln. Und dann gab es auch immer diese Träumer, diese Menschen, die unbedingt unter Wasser gucken wollten. Es ist eine sehr alte Geschichte, der Traum des Menschen, atmen zu können unter Wasser wie ein Fisch. Es heißt, und das ist ein Artikel aus dem 13. Jahrhundert, dass Alexander der Große der Erste war, der sich in einer Tonne hat herunterlassen lassen, um zu schauen, was die Fische dort unten wohl treiben. Es gab immer wieder Versuche, übrigens natürlich auch Leonardo da Vinci hat eine Tauchglocke erfunden, Taucheranzüge, die den Menschen zum Fisch werden lassen. So richtig tauchen konnten Menschen erst zu der Zeit, wo es aufgrund der Industrialisierung, aufgrund der Bedarfe am Hafenbau, die ersten Helmanzüge gab. Und wer sich dafür interessiert, in dem kleinen Ostseebad Barth gibt es ein Museum des Tauchens und dort hängt der erste Helmtauchanzug, der von einem Kapitän aus Barth erfunden wurde. Und die ersten Taucher, die ihren Kopf unter Wasser steckten, berichten Unglaubliches, wie es dort wimmelt. Damals waren die Meere eben noch nicht überfischt, von Fischen, von Haien und allerlei unglaublichen Ungetier, was den Taucher dann angreifen würde. Also um 1800 die Idee, was erwartet einen beim Tauchen. Es riss mich hinunter blitzschnell. Da stürzt mir aus felsigem Schacht wildflutend entgegen ein reißender Quell. Mich packte des Doppelstroms wütende Macht. Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb mich's hinunter. Ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, in der höchsten schrecklichen Not, aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. Das erfasst ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen. Sonst wär er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's bergtief, in purpuren Finsternis da. Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, das Auge mit schaudernd hinuntersah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt, in dem furchtbaren Höllen rachen. Schwarz wimmelten da in grauem Gemisch, zu scheußlichen Klumpen geballt, der stachlige Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt. Und dräunend wies mir die grimmigen Zähne der entsetzlichen Hai, des Meeres Hyäne. Und da hing ich und war's mit Grauen bewusst von der menschlichen Hilfe so weit. Und da larven die einzigen fühlenden Brust. Allein in der grässlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuren, der taurigen Öde. Und schaudernd dachte ich's, da kroch's heran, regte hundert Gelenke zugleich. Will schnappen nach mir, in des Schreckens Wahn, lass ich los der Koralle und klammerten Zweig. Gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben, doch es war mir zum Heil. Er riss mich nach oben. Die Entdeckung der Tiefsee, so richtig los ging das dann im 19. Jahrhundert. Und eine der ersten großen Expeditionen, die unterwegs war, um zu erkunden, wie tief die Tiefsee wirklich ist, war die Challenger-Expedition. Vier Jahre hat sie gedauert. Hier sind die Helden und Entdecker. Damals war das Berufsbild Tiefseeforscher nicht so abgegrenzt. Ozeanografen waren Kapitäne, Zeichner waren Forscher. Es war auch immer ein Poet mit an Bord, der aufgeschrieben hat, was eigentlich gefunden und entdeckt war. Und die Bücher, die gingen weg wie warme Semmel. Die direkten Expeditionsberichte haben viele Menschen darauf gewartet, zu hören, wie es dort überall aussieht und was eben in den Tiefen der Meere zu finden sei. In Deutschland waren wir noch nicht dabei, bei diesen ersten großen Expeditionen. Aber wir hatten den Zoologen Ernst Heckel in Jena. Und der hat praktisch alle Proben unbekannten Lebens bekommen von der Challenger-Expedition und hat sie gezeichnet. Und auch wenn wir heute wissen, dass er ein ums andere Mal nicht wirklich wissenschaftlich alles genau abgepaust hat, so hat er doch etwas Besonderes getan. Er hat dieses Tiefseeleben wieder zum Leben erweckt. Er hat Kunstformen der Natur illustriert und auch diese waren ein riesiger Erfolg. Sie sind heute noch in Postkarten oft unterwegs, diese wundervollen Quallen der Tiefsee oder auch dem Kraken, von dem wir nachher noch mehr hören. Unsere große Tiefsee-Expedition war die Vadivia-Expedition. Auch die ging mehrere Jahre lang. Und der Vorläufer der DFG hatte damals unglaublichen Mut bewiesen und für 300.000 Mark die Wissenschaft unterstützt, ein Handelsschiff umzubauen mit sehr langen Kabeln. Weil die Challenger-Expedition zufällig schon auf die größten Meerestiefen gestoßen ist, über 9 Kilometer, wo man also den Mount Everest reinversenken kann und er würde nicht rausragen. Es wurden 8.000 Liter 96-prozentiger Alkohol gekauft, unheimlich viele Letterformalin, um das Tiefseeleben zu fixieren, um es nach Hause zu bringen, bestimmen zu lassen. Die große Frage der Expedition war eben keine militärische oder keine, die an Ressourcen hing, sondern es sollte darum gehen, endgültig zu beweisen, dass alle Tiefen der Meere von Leben besiedelt sind. Und fantastische Tiere wurden zurückgeschickt und aufbewahrt. Und auch hier Karl Schuhn, der Expeditionsleiter, zum ersten Mal ein wissenschaftlicher Expeditionsleiter. Zuvor waren es immer Kapitäne, die entschieden haben, wie geforscht wird. Seitdem sind es tatsächlich Wissenschaftler, bis heute Gott sei Dank. Er schrieb ein vielbändiges Werk, was wieder ein Bestseller war, aus den Tiefen der Weltmeere. Und wenn Sie mal schauen wollen, dann stehen diese Proben heute immer noch, nicht alle ausgewertet, im Naturkundemuseum. Es hieß, dass während der Reise die Wissenschaftler gierig, die Organismen fixierend, sämtlichen 8000 Liter Alkohol aufgebraucht hatten. Und dann ging es zur Sache, dann ging der Fahrtleiter zum Kapitän und sagte, du musst die Fässer rum rausrücken, wir haben nichts mehr zum Fixieren. Und das ging natürlich an die Nieren der Expedition, weil wenn man Seeleuten hier rum entzieht, dann kriegen sie auch einen göttlichen Schnupfen und so weiter. Können Sie sich ja vorstellen, aber die Wissenschaft hat gewonnen und im Naturkundemuseum sind in teurem, feinen, karibischen Rum eingelegte Tiefseefische zu bewundern. Bevor wir jetzt gleich abtauchen, noch mal ein Blick auf die Verteilung der Tiefen. Wenn wir von Land rausschauen, dann kommt ja erst mal die Küste, die kennen wir, das Schelfmeer, das geht meist mehrere hundert Meilen vor unserem Land, bis auf 200 Meter hinunter. Und dann, so sagen wir, beginnt die Tiefsee jenseits der Schelfmeere, wo der Kontinentallang absteigt, in die Tiefseebecken, die im Durchschnitt so bei vier Kilometern Wassertiefe liegen. Die Tiefseegräben folgen, die dann bis zehn Kilometer, bis elf Kilometer sogar hinuntergehen. Wie orientieren wir uns da? Und was bedeutet Tauchen eigentlich heute? Das ist der Bereich, den Helmtaucher oder Menschen mit Flaschen oder auch Apnoe-Tauchern noch besuchen können als Mensch. Doch in diesem Bereich kann kein Mensch einen Fußabdruck setzen, wie wir das auf dem Mond können. Sie brauchen ein U-Boot oder einen guten Tiefseeroboter, um weiter herunterzukommen. Die Pottwale schaffen es bis drei Kilometer für einige Zeit, aber darunter, dazu braucht man technische Hilfe. Wann ist der Mensch zum ersten Mal abgetaucht? William Beebe hat 1934 den ersten Rekord gesetzt. Er ist mit seinem Ingenieur, der die Kugel gebaut hat, die Batisphäre 900 Meter tief abgetaucht. Und ich würde Ihnen jetzt gleich gerne etwas vorlesen von diesem fantastischen Moment, als Menschen das erste Mal in einer Kugel hinabgelassen wurden. Die Tiefseerkugel war um 12.50 Uhr mittags an Deck, sodass uns nur eine halbe Stunde blieb, den Abstieg vorzubereiten, wenn wir vor Dunkelwerden wieder empor kommen wollten. Endlich wurde die Tür empor gehoben und mit Gedröhnen draufgestülpt. Nun setzte das schauerliche Festhämmern der zehn großen Bolzen ein. Spektroskop und Beleuchtungsmesser wurden durch das mittlere 10-Zentimeter-Loch durchgereicht. Mit einem Abschiedswort wurde der Flügelbolzen ruhig zugedreht und der Lärm und die Luft der Außenwelt waren von uns abgeschlossen. Die ersten 60 Meter ruckelten wir uns so zurecht und gaben Beinen und Geräten für die lange Zeit des Eingekerkertseins den richtigen Platz. Unsere derzeitige Welt war wie die der neueren Physik gekrümmt. Und zwar so, dass es seine Art hatte. Selten ist mir die Schwerkraft so zu Bewusstsein gekommen, denn wir befanden uns in einer vollkommenen Kugel und alles, was nicht nid- und nagelfest war, suchte beständig auf dem Boden zur Ruhe zu kommen. Bei 210 Meter da sahen wir Quallen von anderer Form als an der Oberfläche und längliche Fische zeigten sich in der schwärzlichen nebelhaften Ferne. Ruderschnecken zuckten in der ihnen eigentümlichen Art und Weise vorbei. Ein paar dunkel gestreifter Seriola oder Stöcker lungerte eine Minute oder mehr herum. In diesem Augenblick versteckte sich die Sonne hinter einer Wolkendecke und noch ehe man es uns durch die Fernsprecher meldete, erkannte ich es, an der verstärkten Bläue. Zwei weitere Fische tauchten bei 240 Meter auf. Einen Augenblick waren die Lichter an ihren Körpern schwach zu sehen. Nun wurde ich der Anwesenheit zahlreicher Wirbelloser gewahr, denn meine Augen gewöhnten sich an die zunehmende Düsterheit. Unser Eintreffen auf 435 Meter wurde von den Schleppern, die weit oben uns zu Häuptern schwammen, mit lauten Sirenen geschrill begrüßt. Man feierte das Vordringen über die tiefste Stelle, die wir beim Tauchen 1930 schon erreicht hatten. Und die ersten Tiefsee-Aale erschienen, schlanke, silberne Tiere mit langen Kinnladen und scharfen Zähnen. Ein paar davon blieb nebeneinander schwimmen, eine Reihe, eine Strecke von 6 Metern abwärts bei uns und Röhrenquallen sowie große Rippenquallen drückten sich dicht an meinem Gesicht vorbei. Bei 530 Meter kamen 6 Fische in Sicht. An jedem lief ein doppelter Streif von Lichtern die Seite des Körpers herunter. Es waren wohl ganz sicher Drachenfische. Doch so sehr ich meine Augen auch anstrengte, ich vermorte, keine Spur eines Bartfadens zu erkennen, wieder schaltete ich das Licht an, sie bogen um und verschmolzen mit dem milchigen Türkis des fernen Strahls. Bei 640 Meter schlingelte unsere Kugel dann arg. Eine beträchtliche Menge der Chemikalien flog aus den Gestellen und fiel uns auf den Kopf. Die verbleibenden Stoffe müssen ständig neu verteilt werden, sodass eine größere Fläche freigelegt und ihre Aufgabe, die Kohlensäure und die Feuchtigkeit aufzusagen, weiter geleistet werden konnte. Um 3.23 Uhr gab ich die Anweisung, uns weiter hinunterzulassen und drei Minuten später kam die Meldung, wir baumelten nunmehr in einer Tiefe von 923 Meter. Unsere Temperatur betrug noch 21 Grad, eine Folge unserer Körperwärme. Aber der Stahl fühlte sich feuchtkalt an und das Glasfenster durchkältete meine Nasenspitze. Ich musste die Quarzfläche ständig wischen, um sie von der Verdichtung meines Atems freizuhalten. Draußen war es ungefähr 4 Grad. Wie und ich kriege jetzt keinen Applaus? Wissenschaftliche Texte. Sie sind ergriffen, okay. Ergriffen ist genau das richtige Wort, wenn es ums Abtauchen geht. Noch heute, auch wenn wir heute Tiefseeroboter haben, die wir schicken können, Roboter nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, da ist es so, dass dieser Moment, wo wir als Menschen einsteigen in diese Kugel, das ist das Forschungsobot Iago am Geomar, mit dem man immer in 400 Meter tief tauchen kann. Wenn wir hier einsteigen, wenn die Kugel über uns geschlossen wird und wir abtauchen dürfen, wie Sie hier sehen, bei einem meiner Tauchgänge, dann ist das ein bewegender Moment. Man ist ergriffen, weil man hat jahrelang darauf gewartet, Anträge geschrieben, versucht einen Termin bei den überbeschäftigten Forschungsschiffen zu kriegen, die richtigen Wissenschaftler an Bord, die richtigen Instrumente an Bord und dann geht es endlich los. Dann fährt man los aufs Meer, dann stürmt es, man darf nichts, die Geräte ins Wasser lassen, aber irgendwann ist es soweit und man darf einsteigen in die Kugel, der Deckel geht zu und dann wird man rübergehoben und sinkt langsam ab in die Tiefen und es ist dann eben so fantastisch, weil man genau weiß, dass man wieder einmal irgendetwas finden wird, irgendetwas sehen wird, was noch nie jemand anders vor einem gesehen hat. Das ist der Arbeitsplatz im kleinen Ubo Diago. Ubo, das sind meistens klein, weil sie eben diese Kugeln sind und wenn man dann taucht, dann hat man einen Laptop, dann hat man die Kamera zu bedienen, dann muss man aufpassen, den Piloten sagen, wo geht es jetzt hin, nehmen Probe Y, fahr zu Platz X, steck das Thermometer rein, mach dies, mach das und immer wieder passiert es uns Wissenschaftlern, wir sehen ein fremdes Wesen und kommen so ins Staunen, dass wir völlig vergessen, dass wir eigentlich ganz schnell arbeiten müssen, denn die Schiffszeit ist teuer, die Ubo-Zeit ist teuer, weil dieses Besondere des Abtauchens, dieser Moment, wo man wirklich unten im Meer ist, wie Kapitän Nemo, der ist so ähnlich wie Astronauten, die rausfliegen, sich umrinnen und die kleine blaue Erde sehen, der ist einfach besonders erhebend. Tauchen Sie jetzt einmal mit mir ab, Sie denken jetzt, Sie sind in dem kleinen U-Boot und schauen raus durchs Bullauge und es wird dunkel und dunkler, wir sind unterhalb von 200 Metern ewige Finsternis und es leuchtet ein richtiges Sternenspektakel. Wenn Sie Erfahrung haben, dann sagen Sie den Piloten, bitte nicht das Licht anmachen, weil dann können Sie sehen und Sie können diese fantastischen Lebewesen sehen in der Tiefsee, diese wunderschönen Fischweibchen mit den leuchtenden Angeln, die viele Tiere der Tiefsee, 90 Prozent in manchen Regionen, eben selbst Licht machen, um sich zu unterhalten, um zu kommunizieren. Die Anglerfische, hier der Fußballfisch, sind für uns wirklich die Ikonen der Tiefseelampen. Sie haben besondere Organe, wir finden sie oft so in den Tiefen um die 500 Meter besondere Organe, wo sie den Bakterien Schutz bieten und Sauerstoff und Nahrung und die Bakterien aber auch immer wieder ein bisschen anverdauen, ein bisschen aufregen, sodass sie leuchten. Und dieses Leuchten ist ein wesentliches Kommunikationsmerkmal. Damit werden zum Beispiel die Männchen angelockt, der schönen Tiefseefische, davon sprechen wir gleich noch, aber damit wird auch Beute angelockt und diese Fische, die nicht schnell schwimmen können, die sitzen dann da und warten, dass die Beute kommt und dann gibt es einen Hubs. Die häufigsten Wesen der Tiefsee sind aber nicht Fische, sondern Quallen und für mich ist es einer der schönsten Momente, so um die 1000 Meter herum, wenn diese vielfältigen Quallen auftauchen, die in allen möglichen Farben schimmern und leuchten und dann guckt man hinaus und wundert sich, dass wir so wenig über diese Tiere wissen, sie gehören zu den ältesten Tieren im Meer. Wir können sie aber nicht mal beproben, weil wenn man ein Netz durchs Wasser zieht und die Qualle besteht ja nun mal zu 99 Prozent aus Wasser, dann haben sie hinterher so ein kleines Gelee-Klümpchen und können gar nicht mehr erkennen, wie sieht dieses Wesen in echt aus. Und es gibt riesige Quallen in der Tiefsee, meine größte war etwas über einen Meter, es gibt auch ganz kleine Quallen. Diese Lebewesen können wir nur kennenlernen, wenn wir wirklich selbst im Meer sind und sie beobachten. Wenn wir nun einmal an den Kontinentalrand fahren und auf den Meeresboden schauen, dann sehen wir auch etwas Wunderschönes, nämlich die Vielfalt der Korallenriffe. Korallen und Medusen sind miteinander verwandt. Diese kleinen Polypen, das ist auch oft der Ursprung der Quallen und in der Tiefsee gibt es auch Korallen. Die Biologen unter Ihnen sind jetzt erstaunt und denken, wieso kein Licht, wie können dann Korallenriffe wachsen, weil die aus der Karibik, die haben ja Symbionten, die Photosynthese beschreiben, um schnell zu wachsen. Und ja, die Tiefseekorallen sind unglaublich langsam, sie brauchen ja Tausende, um solche bunten Riffe zu bauen und erst vor 20 Jahren haben wir Menschen entdeckt, dass rund um Europa, rund um Amerika, rund um Kanada in der Tiefe zwischen 200 und 1200 Metern diese wahnwitzig schönen Riffe sind, die gleichzeitig wieder Habitat für viele andere Lebewesen wie dieses Medusenhaupt sind, ein Verwandter des Seesterns, wo Fische geboren werden und aufwachsen, ein wirkliches Spektakel und wir haben es erst vor kurzem entdeckt. Reisen wir noch ein bisschen tiefer und schauen uns die Beispiele an, wie die immer hungrigen Tiefseetiere sich ernähren können. Warum sind die immer hungrig? Sie sind ja in einer lichtlosen Welt, wo keine Photosynthese möglich ist. Das heißt, sie leben nur von Abfall, von dem, was von oben herunter sinkt. Und viele der Tiere sind so angepasst, dass sie zum Beispiel Riesenmäuler haben, wie dieser Pelikan-Aal, das Tier mit dem größten Maul zu Körperverhältnis. Und wenn man jetzt denkt, der sitzt da und schluckt große Beute, dann ist es nicht so, der filtriert Wasser, holt sich die kleinen Krebschen raus, schaltet das Wasser durch die Kiemen aus, weil er hat nur einen ganz kleinen, harten Magen, der muss nämlich die Panzer knacken und der kann nicht beliebig Großes fressen. Einige der Tiefseetiere, wieder ein Anglerfisch hier, der haarige Froschfisch genannt, ein wunderschönes Exemplar, hat eine andere Strategie gewählt. Auch dieser Fisch schwimmt nicht gerne, aber er kann ganz elegant über den Meeresboden schleichen und nach Beute schauen. Dieser Fisch hat eigentlich erstmal nicht so ein großes Maul, aber kann seinen Kiefer aushaken und hat einen beliebig dehnbaren Magen. Jetzt frage ich Sie, kriegt er da wirklich die Flunder rein? Da müssen Sie jetzt einen Moment zuschauen und sich vorstellen, Sie sind unglaublich hungrig, Tiefseetfisch nur einmal im Leben so einer dicken, fetten Flunder begegnend. Was würden Sie eigentlich machen? Achtung für die Leute mit schwachem Magen. Einige der Fische, die sehr langsam sind, können aber trotzdem schnell zupacken, ihre Zähne oft nach innen gerichtet und haben Sie erstmal eine Beute, die Sie vielleicht ein Jahr lang verdauen müssen, so tun Sie alles, um dann nichts zu verschwenden. Keine Energieverschwendung in der Tiefsee. Sie merken schon, ich bin ein Fan von den Anglerfischen, die eigentlich Fischinnen sind. Anglerfische, das ist der Wissenschaft auch erst recht spät aufgefallen, haben einen extremen, was wir Biologen nennen, Geschlechtsdimorphismus. Auch das wieder eine Anpassung an diesen riesigen leeren Raum. Es gibt so wenig zu fressen, dass kein Bestand viele Individuen hat und das Schwerste in der Tiefsee muss es sein, den geeigneten Partner zu treffen. Das ist auch an Land manchmal nicht so einfach, aber in der Tiefsee haben Sie eben nur Ihre Angelrute, Ihre Leuchtkraft. Die Tiefseeweibchen, so wissen wir, scheiden chemische Substanzen aus, die wie Parfum wirken, auf die Tiefseeanglermännchen. Und diese wunderschönen Tiefseeweibchen, diese großen Anglerfischmütter, die werden nun besucht, verfolgt von recht schnell schwimmenden, aber ganz kleinen Männchen. Wenn ein Tiefseeanglerfischmännchen sein Tiefseeanglerfischweibchen gefunden hat, dann setzt er sich drauf und dann passiert etwas Magisches. Eigentlich ist es nicht magisch, weil wir es biologisch erklären können, weil es absolut Sinn macht in der nahrungsarmen Tiefsee. Der Fisch fängt an, seine Haut aufzulösen und auch das Muttertier löst die Haut auf und die beiden fangen an zu verschmelzen, sodass die Blutbahn des Tiefseeanglerfischweibchens Nährstoffe zum Männchen rüberschiebt. Das Männchen wiederum hat eine Aufgabe, für die Fortpflanzung zu sorgen. Ist ja klar. Und damit nichts verschwendet wird, bleiben die beiden für immer zusammen. Das heißt, so lange, bis das Männchen seine wesentliche biologische Funktion erfüllt hat und das Weibchen befruchtet hat. Wenn das passiert ist, und das ist oft in Konkurrenz mit vielen anderen Männchen, die auch andocken, das richtige Männchen aber, wenn das so weit ist, es hat das Weibchen befruchtet, es sollen neue Tiefseeanglerfische geben, dann ist die Vollendung der perfekten Liebe, das Weibchen schüttet Verdauungsenzyme in die Blutkreislaufbahn und resorbiert das Männchen. Vollständig. Keine Verschwendung. Und jetzt waren das nur ein ganz paar wenige Geschichten. Ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber eigentlich geht es noch um viel mehr. Trotz dieses Energiemangels, und das sind für uns neue Daten, wissen wir heute, weil so viel zu finden ist, 90% der Artenvielfalt der Erde ist in der Tiefsee, war da schon immer, und die meisten Arten sind noch unbekannt. Wir kommen jetzt zu meinem zweiten Lieblingstier. Das Tier, was eigentlich schon immer Seeleute fasziniert hat, der Kraken. Und warum sind diese Kraken so toll? Sie sind ja eigentlich weiterentwickelte Schnecken und Molusken. Sie können sehr groß werden. Die Größen, die wir kennen, sind weit über 10 Meter. Es gibt sogar welche, die man, wenn man sie voll ausstreckt, fast 20 Meter werden. Und es hieß immer so im Seemann-Mythos, die können ganze Schiffe schlucken. Tatsächlich sind Kraken unglaublich neugierig, und sie sind auch gefräßig. Sie wollen Dinge finden und anfassen, und wenn man mit dem U-Boot unten sitzt, dann klatschen sie sich oft ans Bullauge, man sieht gar nichts mehr, oder setzen sich auf den Greifarm und lassen nicht mehr los. Dieser Krake zum Beispiel ist dann auch nach oben mitgekommen, weil er einfach nicht mehr losgelassen hat. Schauen wir uns jetzt aber einfach mal einen Kraken an, der schläft. Unter den donnernden Wogen der oberen See, weit, weit dort unten im Abgrund der Tiefe, schläft seinen alten, traumlosen, ungestörten Schlaf. Der Krakel. Mattes Sonnenlicht flieht seinen Schattenleib. Über ihm schwellen gewaltige Schwämme, tausendjährig an Wuchs und Höhe. Und weit entfernt ins fahle Licht, aus verwunschenen Grotten, verborgenen Höhlen, zahllose und gewaltige Polypen, ernten mit Riesenarmen das schlummende Grün. Seit Äonen liegt er dort und wird weiter liegen, gemästet von gewaltigen Seeschlangen in seinem Schlaf. Bis das letzte Feuer der Tiefe verbrennt, dann einst von Menschen und Engeln geschaut, wird brüllend er auftauchen und an der Oberfläche vergehen. Nicht klatschen. Jetzt ist es schon Tradition. Diese fantastischen Kraken anzuschauen in der Tiefe, sie ist eben auch ein Spektakel. Es gibt ein Forschungsunternehmen, wo Bob Ballard Privatspenden einsammelt und dann diese tollen Filme überträgt, sodass man zuschauen kann, live oder nachträglich. Und hier sehen Sie zwei Tiefseekraken, um ihren Lebensraum und ihr Habitat kämpfen. Die Kraken sind oft sehr ortsgebunden. Sie haben ein Nest oder sie brüten wo was aus. Und wenn zwei kämpfen, dann machen sie etwas sehr Schlaues. Sie gucken erst mal, wie groß die beiden sind, welches ist der größere. Und wenn es nicht so richtig gleich ausgeht, dann ist der Vernünftigere derjenige, der verschwindet. Können Sie sich vorstellen, im Ubo zu sitzen und solchen Schauspielen zu sehen? Es ist halt so, dass auch das Wissenschaft ist, dieses Beobachten, dieses Entdecken, dieses Finden. Und viele dieser Tintenfische, die wir erst in den letzten Jahren kennengelernt haben, die erstaunen uns immer wieder an ihre Anpassung. Hier zum Beispiel den Vampir-Tintenfisch, den Sie schon in der Valdivia-Expeditionszeichnung gesehen haben. Wenn man die aber wirklich sieht, wie sie leben, wie sie sich bewegen, wie quallenartig manche eigentlich sind, wie süß die anderen Kraken sind. Hier die Dumbo-Kraken. Hier sehen Sie die acht Arme. Die sind hier zusammengewachsen mit der Haut, sodass diese kleinen Kraken dann gut schwimmen können. Es gibt so viel schönes Leben zu entdecken in der Tiefsee und so viel Absonderliches, dass man eigentlich die gesamte Zeit der Tiefseeforschung eben nur darauf verwenden könnte. Aber gleichzeitig schauen wir ja nach Klimawandel, wir schauen nach Ressourcen, wir schauen nach allen möglichen anderen Fragen, die uns Menschen beschäftigen. Der ist nicht gemalt, der ist wirklich so hübsch. Die Tiefseekraken sind auch sehr langlebige Organismen, eben weil es auch kalt ist und sie wenig zu fressen haben. Und was wir gerade entdeckt haben im Pazifik, auf den Manganknollenfeldern, wo wir sonst oft Seegurken finden, die vom Schlamm leben, ist eine eigenartige Symbiose zwischen Tiefsee und Schwamm an der Manganknolle. Wir haben den wunderhübschen kleinen Gespensterkraken, auch Kasper genannt, dabei beobachtet, wie er brütet. Der Krake, wenn das Weibchen befruchtet ist, und die haben auch, aber ich soll ja nicht so viel über Tiefseeseeks sprechen, also erzähle ich jetzt mal nur vom Eierlegen. Der Krake klammert sich an einen Schwamm und dort bleibt der sitzen, bis die kleinen Tintenfischchen ausgeschlüpft sind. Was glauben Sie, wie lange so ein Mutterkrake brüten kann? In der Tiefsee wissen wir heute, weil es kalt ist und so wenig Nahrung da ist und weil diese Tintenfische geschützt werden müssen, bis sie wirklich selbst kleine, selbstständige Tintenfischchen sind. Acht Jahre brütet das Muttertier, sitzt an diesem Schwamm auf der Manganknolle, braucht acht Jahre und sie frisst nicht mehr. Ihr Körper ist die Energieressource und wenn sie anfängt zu brüten, wird nichts mehr gegessen und sie hat acht Jahre Zeit, bis die kleinen Tintenfischchen schlüpfen und dann bleibt auch nur noch ein Häutchen von der Mutter übrig und wenn sie schlüpfen, ist die Mutter tot. Eier legen in der Tiefsee ist ganz wichtig. Also immer wieder diese Anpassung an die Langsamkeit, an den Ort, an die wenige Energie und das müssen wir als Wissenschaftler verstehen, weil wenn wir erstmal über die Tiefsee denken, erscheint sie so riesig, so grenzenlos, es ist alles Wasser, das Wasser bewegt sich, aber wenn wir runterschauen, verstehen wir, wie kleinräumig das Habitat ist, wie viele Organismen doch nur einmal an einem bestimmten Platz vorkommen und eben nicht überall. Und das ist wichtiges Wissen. Das zum Beispiel ist dann auch der Blick mal in und unter den Meeresboden, auch der lebt überall. Dieses fantastische Wesen, da wusste ich erstmal überhaupt gar nicht, was ich da sehe, als ich in die Kamera geschaut habe und ich sah dieses riesige und da war ein Zoologe an Bord, der sagte, das ist die Zunge vom Löffelwurm. Anderthalb Meter lange Zunge, überlegen Sie mal, was Sie denken, was dahinter noch für ein Körper folgt. Aber der Löffelwurm, der kann diese Zunge ein- und ausrollen, der ist gar nicht so groß, ungefähr so und die sitzen in den Schlemmen drin und wenn ein bisschen Futter herabregnet, dann kommt diese Zunge und leckt alles ab. Wenn der Meeresboden heil ist, dann ist diese Nahrung eben das, was diese Würmer fressen. Wir haben also geschätzt, bei der Volkszählung der Meere von 2000 bis 2010, dass in der Tiefsee noch 10 Millionen Arten von solchen seltsamen, eigenartigen Tieren auf ihre Entdeckung warten. Aber was soll diese ganze Vielfalt? Was haben wir Menschen mit dieser Vielfalt zu tun? Eine Sache wissen wir aus Forscherperspektive, weil die Tiefsee tatsächlich ein großer, recht einförmiger Ort ist, im Sinne von die Temperatur ist kalt und meistens gleich und auch lange durch die Erdgeschichte gleich. Da ist die Tiefsee durch diese enorme Vielfalt das größte Reservoir an genetischer Information, an all dem Wissen über die Entwicklung und Evolution des Lebens, das es auf der Erde genommen hat. Einige der ältesten Arten und Stämme des Lebens lebt in der Tiefsee und es war schon immer mal so, dass bei Ereignissen in der Geschichte der Erde die Schelfmeere wieder aus der Tiefsee besiedelt wurden. Das können wir Ihnen als Forscher schon mal so sagen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde auf das Leben im Meer mit einem gewissen Interesse betrachtet, das wir jetzt einmal aus dem Mund von Kapitän Nemo hören werden. Okay, jetzt hören wir aber auf. Sie lieben das Meer, Kapitän Nemo? Ja, ich liebe es. Das Meer ist mein Ein und Alles. Es bietet mir alles, was ich benötige. Mein Koch bereitet mir und meiner Mannschaft die aus erlesensten Köstlichkeiten darreicht. Ob Meeresschildkrötenfilet, Delfinleberragu, Seegurkengemüse, Walbrustmilch, Anemonenkonfekt oder die anderen Abertausenden Fischspeisen. Wo kann uns kulinarisches geboten werden, als hier in den fruchtbaren Urtiefen unserer Erde? Aber auch alle anderen Dinge, die wir für unser Leben hier unter Wasser benötigen, entnehmen wir dem Meer. Die Stoffe, die sie tragen, sind aus den Seidenfäden von Muscheln gewebt und mit antiken Purpur gefärbt. Das Parfum in ihrer Toilette ist aus Seepflanzen destilliert. Ihr Bett ist aus dem weichsten Seegras des Ozeans gemacht. Ihre Schreibfeder aus dem Bart eines Wals und die Tinte aus dem Sekret eines Tintenfisches oder eines Kalamars. Er bot mir eine seiner Zigarette an. Der Tabak stammt weder aus Havanna noch aus dem Orient, erklärte er mir. Es handelt sich um eine nikotinreiche Sorte von Algen, die ich auf meinen Reisen entdeckt habe. Ja, diese Idee, dass der Ozean so viel Schätze birgt, die uns einmal ernähren werden, die ist zu Teilen auch eingetreten. Wir haben aber nicht die Geduld gehabt, bisher darauf zu warten, bis wir diese fantastischen Zigaretten, die Algen, die Seidenfäden und die Medizin des Meeres nutzen können, sondern eigentlich haben wir aufgehört dort, wo es angefangen hat, beim Fischfang. Wir sind inzwischen bei 20% des tierischen Proteins aus dem Meer, von dem, was die Weltbevölkerung zu sich nimmt und Sie sehen an diesen Daten über Fischerträge, dass seit vielen Jahren, auch wenn die Trawler immer größer werden und die Technologie immer besser und wir immer tiefer fischen, dass der Ertrag der Fischerei nicht weiter gesteigert werden kann. Gerade sind wieder Daten veröffentlicht aus dem Mittelmeerraum, eine Überfischung von weit über 90%. Das Problem ist, dass auch die Tiefsee inzwischen zu machen, es ist weniger als 3% des gesamten Fischfangs und man könnte eigentlich darauf verzichten, aber manchmal ist die Situation eben so, dass es hier und da Subventionen für dieses Schiff oder jenes gibt und Menschen haben dort ihren Arbeitsplatz und wollen irgendwie Geld verdienen und dann geht es in die Tiefe. Und manchmal wissen sie gar nicht, dass das was sie essen, zum Beispiel das schöne weiße Grenadierfilet von einem Fisch kommt, der so nicht auf die Theke gelegt wird, weil er als Tiefseefisch eben seine absonderlichen Augen, Zähne, das würden sie wahrscheinlich nicht so mit nach Hause bringen. Aber als Grenadierfilet oder als Fischstäbchen da wissen sie es ja nicht, da schmeckt es eben nach Fisch. Warum ist das ein Problem? Sie wissen ja schon wie wenig Nahrung es gibt, wie kalt es ist, wie langsam Tiere wachsen. Diese Fische, dieses Filet ist unter Umständen sehr alt auf ihrem Teller, vielleicht ist ihr Filet 80 Jahre alt und der Fisch zu dem es gehört hat noch nicht einmal Tiefseesex gehabt, hat sich noch nicht einmal reproduziert. Und was besonders dramatisch ist, die Fangmethoden für den Fisch sind so, dass wir gerade an die Kanten Schelfmeere zu Kontinentalrand müssen, dort, wo Korallen wachsen, dort wird getreut. Und stellen Sie sich vor, Sie müssen als Fischer eben mit dem Geschirr über die Korallen, Sie sehen ja nichts, fühlen nichts, ab und zu gibt es einen Haker, das Netz reißt vielleicht ärgerlicherweise ab und verbleibt im Meer, aber die Spuren, die können wir erst feststellen, seitdem wir dort unten Tiefseekameras aufstellen, seitdem wir hinschauen. Die Korallenriffe der Tiefsee, die Tausende von Jahren brauchen, um so groß zu werden, sind mit einem Netz Hall eben plattiert und kein Bootraum mehr für Fische und Kraken. Müssen wir diesen Wert der Tiefsee wirklich nutzen? Was hat sie ansonsten für Wert? Wir haben ein Konzept gemacht als Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler, auch eigentlich nützt und was sie vielleicht an geltlichen Leistungen erbringt. Etwas, was für sie umsonst ist, ist die Ernährung der Tiefseetiere, die den Schlamm der Meeresoberfläche auffressen, die Nährstoffe zurückgeben, mit dem neue Algen wachsen, mehr Sauerstoff gemacht wird und der Kohlenstoff bleibt unten. Diese Art der Ernährung der Weltmeere durch die Tiefsee, die läuft und läuft und sie müssen nichts dafür bezahlen und können nichts dagegen tun. Aber das ist eine enorme Dienstleistung, die das Meer erbringt. Und genau dieser Konflikt, den Nutzen, den wir herausziehen können und das, was umsonst ist, wie können wir hier eine Lösung finden? Und diese Frage ist eine sehr alte Frage, die Frage von Mensch und Meer. Freier Mensch, immer wirst du das Meer lieben. Das Meer ist schaust deine Seele im endlosen Anrollen seiner Wogen und dein Geist ist kein weniger bitterer Abgrund. Du liebst es, in die Tiefe deines Bildes zu tauchen, du umarmst es mit Augen und Armen und dein Herz vergisst seine eigene Unruhe beim Lärm dieser unzähmbaren wilden Klage. Beide seid ihr dunkel und verschwiegen. Mensch, nie hat jemand deine Abgründe ausgelotet. Mehr, keiner kennt deine verborgenen Schätze. So bedacht seid ihr darauf, eure Geheimnisse zu hüten und doch bekämpft ihr euch seit unzahlbaren Jahren ohne Reue und Erbarmen. So heftig liebt ihr das Gemetzel und den Tod. O ewige Kämpfer, O unversöhnliche Brüder. Es gibt auch weitere Werte, um die wir uns Gedanken machen, die wir schon nutzen und auch hier wird gar nicht so viel darüber nachgedacht. Wie gelingt uns das auf eine nachhaltige, auf eine gesunde Weise? Fischerei habe ich schon kurz erklärt. Öl und Gas ist auch eine Ressource, die wir nutzen, zunehmend aus der Tiefsee, Erste und Mineralien vielleicht eine Ressource der Zukunft, Lebensvielfalt eventuell auch. Schauen wir mal auf die Frage des Öl- und Gasverbrauchs. Sie wissen ja alle, dass wir uns eigentlich ohnehin nicht mehr CO2 in der Atmosphäre leisten können, als wir schon haben. Im Gegenteil, wir müssen CO2 zurückgewinnen, um den drohenden Klimawandel auch, solange wir keine alternativen Energien haben, solange wird Gas und Öl auch aus den nicht konventionellen Ressourcen gewonnen. Und dazu gehört, Öl und Gas aus immer größeren Meerestiefen zu gewinnen. Technisch ist das möglich. Das ist Ingenieurs Hochkunst, wie das gelingt, bei über 1, 2, 3 Kilometer Wassertiefe und dann noch mal Kilometer tief in den Meeresboden zu bohren, vielleicht um die Ecke zu bohren, um an das Gas und Öl zu kommen, was dort in den Meeren noch immer verborgen liegt, was noch für einige Jahrzehnte vielleicht, auch wenn es sehr teuer sein wird, dann die Energiequelle der Menschen ist. Aber wie ist es mit dem Risiko, dass diese Technologien mit sich bringen? Das ist nicht einfach, denn die großen Druckverhältnisse verändern zum Beispiel das Gas, das kann als Gashydrat ausfrieren und die Pipelines verstopfen. Die Gasreservoirs und die Ölreservoirs können nicht in ihrem Druck vermessen werden. Und so ist eine der größten Ölkatastrophen genau daher gekommen, dass zwar die Technologie funktioniert hat, bis zu dem Moment, wo sich jemand verrechnet hat, was den Druck angeht oder der Druck einfach nicht gut genug bekannt war. In 2010 ist das tiefe Reservoir unter Deepwater Horizon im Überdruck von unten im Gefrieren des Gases in der Pipeline explodiert. Elf Menschen sind dabei gestorben. Es war ein menschlicher Fehler. Es unten, obwohl Tiefseeroboter dann geholt wurden, dieses Unglück zu reparieren, das Leck zu stopfen. Das Öl ist dann teilweise oben abgesammelt worden, aber es ist nie das oben angekommen, was wir Wissenschaftler berechnet haben, unten austritt. Wo ist es geblieben? Zuerst wurde nur oben geforscht. wurde geschaut, was wird aus den Vögeln, was wird aus den Meeresschildkröten hier. Und es hat uns ein Jahr gekostet, bis wir endlich die Tiefsee Expedition zusammen hatten, um unten in der Tiefsee nachzuschauen. Weil was passiert ist, Öl und Gas so aus der Pipeline geschossen, wie bei einer Ölsprühflasse, dass diese winzigen Öltröpfchen eben unten geblieben sind. Und was meine Kollegin Menti Joy dann gefunden hat, ist, weite Bereiche des Tiefseebodens waren von Ölflocken bedeckt. Die Kollegen, die hingeschaut haben zu den Tiefseekorallen, ganz besondere, seltene Arten im Golf von Mexiko, haben diese verölten Tiefseekorallen gefunden. Und das hat uns gelehrt, dass wir eben manchmal nicht genug Bescheid wissen, wie können wir einen Schaden beheben, wie können wir wieder aufräumen, wenn etwas schief geht, wenn es so weit weg aus unserer technischen Reichweite ist. Doch bis heute gibt es daraus keine Konsequenzen. Es ist nicht so, dass diese Art von Ölbohrung verboten ist, oder dass wir jetzt erst mal zurücktreten und die Risiken sichern. Es ist nicht mal so, dass irgendjemand etwas bezahlen muss für den Schaden an der Tiefsee, weil man gar nicht ausrechnen kann juristisch, was kostet das eigentlich, wenn viele hundert Quadratkilometer Tiefsee kaputt sind. Wir haben keinen Wert als Menschen, den wir dann sagen können, dass zu bezahlen sind. Eine weitere Frage, die wir derzeit in Deutschland und europäisch beforschen, ist, kann es sein, dass diese Manganknollen, ich erinnere kurz, wo die Schwämme mit den kleinen Kraken und so weiter brüten, kann es sein, dass die eine Zukunftsressource ist. Diese Blumenkohlartigen Gebilde selbst brauchen Millionen von Jahren, bis sie in diese Größe wachsen. Sie sind schwer, aus Mangan und Eisen bestehen, sie wachsen in den nahrungsärmsten Bereichen der Ozeane, tief am Meeresgrund in vier Kilometer Tiefe. Sie haben aber auch Wertstoffe wie Kupfer und Nickel und andere wertvolle Metalle, die an Land nur sehr vereinzelt vorkommen, die wir auch schon etwas anfangen zu übernutzen. Manchmal ist der Preis ganz hoch, manchmal sind sie in Regionen, wo wir auch nicht umweltfreundlich abbauen können. Wer schon mal die Metallminen in Brasilien gesehen hat, der fragt sich tatsächlich, wäre es nicht sicherer, Metalle dort zu bergen, wo keine Menschen wohnen, nämlich in der Tiefsee. Aber mit dem, was Sie jetzt schon gehört und gelernt haben, können Sie sich selbst die Frage stellen, wie kann eine nachhaltige Tiefseebergbau gelingen, wenn diese Knollen am Meeresbogen liegen und wir dann irgendwelches Geschirr brauchen, um sie aufzusammeln, denn es sind nur wenige Prozent an wertvollen Metallen und wir müssen ja auch noch die Reste wieder zurückleiten ins Meer. Wie kann das nachhaltig gelingen? Das ist eine große Forschungsaufgabe, das herauszufinden und da sind wir gerade dran. Wir durften auf Anregung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit dem neuen Forschungsstil Sonne dorthin fahren und nach gucken nach einem kleinen Experiment auf einem Quadratkilometer Meeresboden heilt der Meeresboden von selbst innerhalb von 26 Jahren. Ich war damals als Student schon dabei, als die Experimente angelegt wurden und war so gespannt, wie sieht das denn aus, wenn wir dort wieder abtauchen, sehen wir überhaupt die alten Pflugspuren noch? Damals gab es keine Tiefseeroboter, wir haben Flüge genommen, Manganknollen einzusammeln und wir haben alle Spuren wieder gefunden und wir haben festgestellt, dass die Lebewesen, die dort wohnen, zumindest an diesem einen Ort, das ist ja das einzige Experiment, was Menschen jemals gemacht haben, um die Umweltverträglichkeit von Tiefseebergbau zu testen, diese Lebewesen sind nicht zurückgekommen nach 26 Jahren, nicht vollständig, ein Teil davon, aber nicht so, wie sie in der heilen Umgebung zu finden sind. Nächstes Problem, eine große Zukunftssorge erst gerade entdeckt, die Vermüllung der Meere. Sie wissen ja, dass wir das Problem haben, dass wenn Müll erst mal frei herumfliegt, Plastiktüten, Dosen, Flaschen, dass dann mit dem Gesetz des Windes und der Schwerkraft immer wieder ein Teil des Mülles auch im Ozean landet und auch absinkt, hinunter in die Tiefsee, in Dunkelheit und Kälte ist dieses Plastik praktisch ewig haltbar für Jahrhunderte. Es sammelt sich also an, seitdem wir Plastik und Folien benutzen. Das können wir messen. Wir schauen dahin, wir beobachten und wir zählen derzeit an vielen Punkten der Erde als Wissenschaftler, wie oft hängt denn eine Plastiktüte an einem Organismus fest. Wie oft wachsen Organismen drauf, fressen es, haben Plastik im Magen oder wie oft verhakt sich das in den Korall. Vorgestern ist die erste globale Datenbank veröffentlicht worden, auf unseren Webseiten am AVI, die zeigt, wie Wissenschaftler Daten zusammentragen können, wenn sie standardisierte Methoden haben und die auch die Bürger gebeten hat, wenn euch was begegnet, bitte melden, bitte Fotos schicken, bitte Ort schicken und so lernen wir etwas über den Umgang mit Stoffen, über die wir uns keine Gedanken gemacht haben. Natürlich war Plastik und Kunststoff eine Erlösung, vor allen Dingen was Hygiene, Lebensmittelhygiene angeht, es ist billig, es ist ein einfaches Material, aber wir haben eben nicht bedacht, dass es nicht mehr weggeht, wenn es erst mal draußen ist. Unser Zeitalter wird in tausend Jahren, wenn Menschen zurückgucken und schauen, was wir für Spuren hinterlassen haben, als das Plastik Zeitalter in den geologischen Rekord eingehen. Denn überall auf dem Meeresboden und Land haben wir eine kleine feine Plastik Schicht an kleinen Partikeln schon hinterlassen. Muss das so sein? Wollen wir das so haben? Als Student war ich schon erstaunt, dass mitten auf dem Pazifik, wenn ich ein Netz hole mache, dann Dosen und Plastikfolien zu finden sind. Und mittlerweile hat sich all dies angesammelt. Es ist immer mehr geworden. Und es geht auch in die Fernregionen ist es dort noch kein Plastik, wo Meereis drüber ist. Wenn das Meereis weg ist und Schiffe durchfahren, gibt es auch dort Abfall. Die große Frage also, wie gestalten wir die Zukunft des Meeres mit? Es ist überhaupt schon mal eine merkwürdige Frage, uns als Menschen zu denken, wir können den riesigen Ozean gestalten, gestaltet er nicht eher uns? Zumindest aber das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, was 82 in Kraft getreten ist, dass man sich einigen kann über diesen Ozean, der uns allen gehört. Das ist die Landkarte der Ozeane. Um die Küsten herum sind die Wirtschaftszonen 200 Meilen oft herum, in denen jedes Land seinen eigenen Umweltschutz regelt. Klappt noch nicht so toll überall, aber es ist im Grunde da. Dieser freie Raum außerhalb, der ist internationales Gewässer, der gehört uns allen eigentlich. Und auch dafür könnten wir bessere Regeln machen und sie umsetzen. Und genau diese Frage, wie wird der Mensch mit dem Ozean umgehen und das Lobgesang des Wertes, die Wertschätzung der Ozeane schlechthin, ist in meinem absoluten Lieblingstext von Lothria Mord enthalten. Alter Ozean mit den kristallenen Wogen, du gleichst proportional den azurblauen Flecken, die man auf den zerschlagenen Rücken der Schiffsjungen sieht. Du bist ein ungeheures Blau auf den Leib der Erde geschlagen. Ich liebe diesen Vergleich. Darum geht bei deinem ersten Anblick ein weiter Hauch von Trauer über dich hinweg, den man für das Säuseln deiner sanften Brise halten könnte. Unauslössliche Spuren in der tief erschütternden Seele hinterlassend und du erinnerst deine Liebsten, ohne dass man sich dessen immer bewusst wird, an die rauen Anfänge des Menschen, da er den Schmerz kennenlernt, der ihn nicht mehr verlässt. Ich grüße dich, alter Ozean. Alter Ozean, deine harmonisch sphärische Gestalt, die das ernste Antlitz der Geometrie erfreut, erinnert mich nur zu sehr an die kleinen Augen des Menschen, in ihrer Winzigkeit, denen des Wildschweins und in der kreisförbigen Vollendung ihrer Konturen, denen der Nachtvögel gleich. Und doch hielt sich der Mensch in allen Jahrhunderten für schön. Ich aber vermute vielmehr, dass der Mensch nur aus Eigenliebe an seiner Schönheit glaubt, dass er aber nicht wirklich schön ist und dass er dies ahnt. Denn warum betrachtet er das Antlitz seiner Mitmenschen mit so viel Verachtung? Ich grüße dich, alter Ozean. Alter Ozean, du bist das Symbol der Identität, immer dir selber gleich. Im Grunde deines Wesens änderst du dich nicht. Und wenn deine Wogen irgendwo in Aufruhr sind, da sind sie in einer anderen, ferneren Gegend, in vollendeter Ruhe. Du gleist nicht dem Menschen, der auf der Straße stehen bleibt, um zwei Bulldoggen zuzusehen, die sich an der Gurgel packen, der aber nicht stehen bleibt, wenn man einen Menschen zu Grabe trägt, der heute Morgen zugänglich ist und heute Abend schlechte Laune, der heute lacht und morgen weint. Ich grüße dich, alter Ozean. Alter Ozean, es ist nicht unmöglich, dass du in deinem Schoß noch mancherlei birgst, was dem Menschen später von Nutzen sein könnte. Du hast ihm schon den Wahl geschenkt. Du machst es den gierigen Augen der Naturwissenschaften nicht leicht, die tausend Geheimnisse deiner inneren Organisation zu erraten. Du bist bescheiden. Der Mensch rühmt sich unaufhörlich und um nichtigen Dingen willen. Ich grüße dich, alter Ozean. Wer soll begreifen, warum zwei Liebende, die sich tags zuvor abgöttisch liebten, um eines missverständenden Wortes willen auseinander gehen? Der eine nach Osten, der andere nach Westen und mit den Stachel des Hasses, der Rachsucht, der Liebe und der Reue, jeder in seinem einsamen Stolz gehüllt, sich nicht mehr wiedersehen. Alter Ozean, die verschiedenen Fischarten, die du ernährst, haben einander nicht Brüderschaft geschworen. Jede Art lebt für sich. Temperament und Beschaffenheit, die bei jeder variieren, erklären zu Genüge, was zunächst nur eine Anomalie zu sein scheint, so ist es auch bei Menschen, der nicht die gleichen Entschuldigungsgründe hat. Wenn 30 Millionen Menschenwesen ein Stück Erde bewohnen, so sehen sie sich genötigt, das Daseins ihrer Nachbarn nicht zu achten, die Wurzeln gleich im nächst gelegenen Erdreich haften. Vom Großen bis zum Kleinen hinunter lebt jeder Mensch wie ein Wilder in seiner Höhle und geht selten hinaus, um seinen Mitmenschen zu besuchen, der wie er in einer anderen Höhle sitzt. Die große universelle Menschheitsfamilie ist eine Utopie der mittelmäßigen Logik würdig. Ich grüße dich, alter Ozean. Alter Ozean, deine Wasser sind bitter, ihr Geschmack gleicht genau dem der Galle, welche die Kritik über die schönen Künste, über die Wissenschaften, über alles ergießt. Hat jemand Genie, wird er für einen Dummkopf gehalten. Ist ein anderer schön von Gestalt, nennt man ihn buckliges Scheusal. Gewiss, der Mensch spürt gewaltig seine Unvollkommenheit, die er übrigens zu drei Vierteln sich selbst zuzuschreiben hat, da er sie derartig tadelt. Ich grüße dich, alter Ozean. Dies soll die letzte Strophe meines Anrufs sein. Darum ein einziges Mal noch will ich dich grüßen und dir Lebewohl sagen, alter Ozean, mit den kristallenen Wogen. Meine Augen füllen sich mit reichlichen Tränen und es fehlt mir an Kraft, um fortzufahren, denn ich fühle, der Augenblick ist gekommen, da ich zu den Menschen mit den brutalen Gesichtern zurückkehren muss. Aber Mut, nehmen wir unsere ganze Kraft zusammen und vollenden wir mit dem Gefühl der Pflicht, unser Schicksal zu erden. Ich grüße dich, alter Ozean. Ist das nicht erstaunlich, dieser Text, 1859 geschrieben und denkt über die Utopie nach, wie künftig Millionen von Menschen auf der Erde zusammenleben können und wir sind schon längst bei Milliarden angekommen und haben immer noch keine Antwort. Es gibt diese Utopie, dass man doch Regeln der Gesellschaft so aufstellen kann, dass eine Nachhaltigkeit, ein guter Umgang mit Naturressourcen möglich wird. Es ist ein zäher und langer Weg, aber wir alle, wir Meeresforscher und viele andere, die sich mit dem Meer beschäftigen haben, so begrüßt, dass die Vereinten Nationen sich Ziele aufgestellt haben und erstmals zu den großen Zielen, die alle wichtig sind, wie Hunger bekämpfen, Frieden schaffen, Bildung überall hintragen, dass hier auch ein Ziel heißt, das Leben unter dem Wasser zu schützen. Wie soll das gelingen oder was gehört dazu? Es gehört natürlich dazu, hinzuschauen, es gehört dazu, den Ozean zu beobachten und zu verstehen, wie die verschiedenen Drücke, die ausgeübt werden, wie aber auch die vielen Chancen zusammenwirken können, damit der Ozean und wir alle eine gute Zukunft haben. Aber es ist schwer. Nur noch einmal zum Schluss kurz ein paar Daten. Es sind jetzt keine Unterwasser- Tiefseeforscher Meeresdaten, es sind Daten über Rechtsgefüge auf der Erde. Es ist so, dass wir schon ein Konzept haben, wer wo im Ozean eigentlich auf was aufpassen könnte. Zum Beispiel ist weltweit ein Mandat für Fischereimanagement erteilt, auch wenn es noch nicht besonders gut funktioniert. Es umgesetzt werden. In einigen Regionen der Erde gibt es auch ein Mandat für Umweltschutz und auch für das Management dieser Artenvielfalt. Wo wird das wirklich umgesetzt? In dem Sinne, dass Sie sich sicher sein können, dass jemand hinschaut, guckt, ob Basis wissenschaftlichen Wissens und auf Basis unserer Ziele und Werte zu einem umfassenden Management zu kommen, zu umfassenden Ideen des Schutzes und auch wenn es sich weiterhin absurd anhört, wenn man sieht, wie gewaltig der Ozean ist, wie stark die Wellen sein können, was haben wir als Menschlein dem Ozean zu sagen, aber es geht um was und wir hätten die Chance. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir fast am Ende der Entdeckungsreise in die Tiefsee und kriegen aber zum letzten Schluss noch eine letzte Begegung mit dem Meeresgott Poseidon und seinen Freundinnen. Die Sonnenlichter spielten über das weithin rollende Meer. Fern auf der Rede glänzte das Schiff, das mich zur Heimat tragen sollte, aber es fehlte an gutem Fahrwind. Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne am einsamen Strand und ich las das Lied vom Odysseus, das alte, das ewige, junge Lied, aus dessen mehr durchrauschten Blättern mir freudig entgegenstieg der Atem der Götter und der leuchtende Menschenfrühling und der blühende Himmel von Hellas. Mein edles Herz begleitete treulich den Sohn des Lertes in Irrfahrten und Rangsal, setzte sich mit ihm, seelenbekümmert, an gastliche Herde, wo Königin Purpur spinnen, und half ihm, lügen und glücklich entrinnen aus Riesenhöhlen und Nymphen Armen, folgte ihm nach in kimmerischer Nacht und in Sturm und Schiffbruch und duldete mit ihm unsägliches Elend. Seufzend sprach ich, du böser Poseidon, dein Zorn ist furchtbar und mir selber bangt ob der eigenen Heimkehr. Kaum sprach ich die Worte, da schäumte das Meer und aus den Wellen stieg das schilf begrenzte Haupt des Meergottes und höhnisch rief er fürchte dich nicht Poetlein ich will nicht im geringsten gefährden dein armes Schiffchen und nicht dein liebes Leben beängstigen mit allzu bedenklichen Schaukeln denn du Poetlein hast mich nie entzürnt du hast kein einziges Türmchen verletzt an Priamos heiliger Feste kein einziges Härchen hast du versenkt am Auge meines Sohnes Polyphemus und dich hat niemals ratend beschützt die Göttin der Klugheit Palas Athene also rief Poseidon und tauchte zurück ins Meer und über den groben Seemann Witz lachten unter dem Wasser Amphitrite das plumpe Wiss Schweib und die dummen Töchter des Nerois Däleis tös 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 tös